Ich habe Bries kennengelernt, damals auf einer Fortbildung zur Massagen. Ich selber gebe auch Massagen und da bin ich eben auf die Idee gekommen, dass Bries auch mal zu mir kommt, weil ich es in meinem Tagesauflauf nicht schaffe, ins Gym zu gehen. Zu Bries gekommen sind wir über einen Trainingskollegen im Studio. Aufgrund der Tatsache, dass ich Sportler bin, würde ich sagen, Bries Trainingsmethoden sind sehr unterschiedlich. Was meine ich damit? Wie gerade schon gesagt, dieses klassische Bodybuilden, Pumpen, ich will gut aussehen in der Diskothek, ich will schön sein für die Frauen, ich will den Sommerbody haben etc. Bries liegt darauf zwar auch Wert, aber eher sekundär. Primär geht es bei Bries Training darum, den Geist mit dem Körper zu verbinden und den Körper von der Zehenspitze bis zur Haarspitze komplett miteinander zu verbinden und zu trainieren. Und das ist schon ein sehr außergewöhnliches Training. Bries Trainingsmethoden unterschiedlich sind und das, was ich an Bries wirklich extrem schätze, ist, dass er unsere Tagesform jedes Mal versteht und weiß, wie geht es uns heute, haben wir vielleicht die Tage davor Party gemacht oder so und passt das Training während des Trainings darauf an und fordert uns natürlich auch an Tagen, wo er weiß, heute sind wir richtig, richtig fit. Mit Bries kann ich das einfach individuell gestalten, hier zu Hause mit ganz leichten, einfachen Mitteln und kann das immer einarbeiten, wann immer ich mal ein paar Minuten Zeit dafür habe und das ist bislang für mich das beste Konzept. Andere Trainingsmethoden mal so vorzunehmen ist das definitiv sehr empfehlenswert, weil man einfach Muskelgruppen komplett anders anspricht, auch so ein bisschen das Training mit den Bändern, es ist faszinierend, es ist anders, es ist einfach exotisch anders und man merkt, dass du sehr, sehr, sehr viel Feedback für den Körper hast, dass du sofort merkst, wenn etwas weh tut, wenn etwas nicht passt, wenn man ermüdet. Jeder, der an sich arbeiten möchte, der Spaß beim Sport haben möchte, der sich bewegen möchte und sich dabei nicht im Kopf darum machen möchte, welche Übungen, wie oft, wie viel Wiederholungen etc. Bries ist der absolute Topmann, kann ich definitiv empfehlen. Kann ich sagen, dass ich mich super fit fühle, mein Körper sich richtig gut anfühlt. Die Fitness ist absolut besser geworden und auch das Mindset, was dahinter steckt. Mein Anliegen hat sich absolut erfüllt, ich bin so fit und so zufrieden und so ausgeglichen und so balanciert, wie ehrlicherweise wahrscheinlich noch nie in meinem Leben zuvor.